Herzlich willkommen zu diesem Video. Es geht um den Begriff der Varianz einer Zufallsvariablen, genauer um die Varianz der Verteilung einer Zufallsvariablen und ich habe den Zusatz elementar eingefügt, weil ich keinerlei Kenntnisse der Maß- und Integrationstheorie voraussetze. Zur Einstimmung sieht man Stabdiagramme zweier diskreter Verteilungen, und zwar linkens das einer Binomialverteilung und rechts das einer hypergeometrischen Verteilung. Beide Szenarien können wir mithilfe einer Urne erzeugen, die neun rote und neun schwarze Kugeln enthält. Aus dieser Urne wird achtmal rein zufällig eine Kugel gezogen. Aus diesem Grund sieht man hier auch die Werte acht und zweimal die neun für jeweils neun rote und neun schwarze Kugeln. Im linken Bild geschieht das Ziehen mit Zurücklegen und im rechten Bild wird ohne Zurücklegen gezogen. Die Zufallsvariable x modelliere jeweils die Anzahl der Male, bei denen eine rote Kugel gezogen wurde. Beide Verteilungen besitzen den gleichen Erwartungswert 4, aber durch das Ziehen ohne Zurücklegen wird anschaulich Variabilität reduziert und so besitzen die beiden Verteilungen zwar den gleichen Erwartungswert, aber die Verteilung im rechten Bild scheint weniger um den Wert 4 zu streuen. Das klassische Maß, um die Streuung einer Verteilung um deren Erwartungswert zu beschreiben, ist die Varianz, aus der sich dann die Standardabweichung ableitet. Ich lege der Einfachheit halber einen endlichen Wahrscheinlichkeitsraum für alle auftretenden Zufallsgrößen zugrunde, sage aber auch an passenden Stellen, worauf man im allgemeinen Fall achten muss. Für eine Zufallsvariable x ist die mit einem schmucken V abgekürzte Varianz von x definiert als ein Erwartungswert, nämlich als der Erwartungswert der quadratischen Abweichung der Zufallsvariablen um deren Erwartungswert. Da dieser Erwartungswert nicht vom Grundraum Omega, sondern nur von der Verteilung von x abhängt, spricht man auch von der Varianz der Verteilung von x. Die nicht negative Wurzel aus der Varianz heißt Standardabweichung oder Streuung von x bzw. von der Verteilung von x. Man sieht übrigens hier, damit ich nicht so viele Klammern habe, dass ich die Klammern um das x beim Erwartungswert von x weggelassen habe und in Zukunft werde ich auch diese beiden eckigen Klammern hier weglassen. Nach Definition ist also die Varianz von x der Erwartungswert einer mit g bezeichneten Funktion von x, wobei g von t durch t minus e von x in Klammern zum Quadrat gegeben ist. Nimmt x die möglichen Werte x1 bis xn an, so berechnet sich die Varianz in dieser Form mithilfe der Verteilung von x. Der Vorfaktor vor der Wahrscheinlichkeit, dass x den Wert xj annimmt, ist dabei gerade g von xj mit der zwei Zeilen darüber stehenden Funktion g. Liegt ein allgemeiner Wahrscheinlichkeitsraum zugrunde, so ändert sich an der Definition gar nichts. Das heißt, das Konzept der Varianz bleibt immer der Erwartungswert der quadratischen Abweichung einer Zufallsvariante um deren Erwartungswert. Man muss aber dann fordern, dass der Erwartungswert von x Quadrat endlich ist. Dieses Problem tritt schon auf, wenn x abzählbar unendlich viele Werte x1, x2 und so weiter annehmen kann. Dann steht nämlich hier anstelle von n das Symbol unendlich und wir haben es mit einer unendlichen Reihe zu tun, die konvergieren muss. Ohne Beweis sei noch angegeben, dass die Varianz einer stetigen Zufallsvariablen auf diese Weise berechnet wird. Dabei bezeichne f die Dichte genauer die Lebeckdichte von x. Bevor die wichtigsten Eigenschaften der Varianz beleuchtet werden, möchte ich kurz einige Beispiele vorstellen. Das erste betrifft Indikatorfunktion. Sei hierzu a ein Ereignis, das die Wahrscheinlichkeit p besitzt. Der Erwartungswert der mit 1 Index a bezeichneten Indikatorfunktion von a, also derjenigen Zufallsvariablen, die den Wert 1 annimmt, falls a eintritt und auf dem Komplement von a gleich 0 ist, ist gleich p mal 1 plus 1 minus p mal 0, also gleich p und insofern ist die Varianz dieser Zufallsvariablen gleich diesem Erwartungswert. Rechnet man das Quadrat nach der binomischen Formel aus und nutzt die Additivität der Erwartungswertbildung, so ergibt sich der Erwartungswert des Quadrates der Indikatorfunktion und der ist ebenfalls gleich p minus 2p mal dem Erwartungswert des Indikators, also minus 2p Quadrat plus p Quadrat und das ist gleich p mal 1 minus p. Das zweite Beispiel betrifft die Augenzahl beim Würfelwurf, die bei Annahme eines fairen Würfels eine Gleichverteilung auf den Werten von 1 bis 6 besitzt. Der Erwartungswert von x ist 3,5 oder 7 halbe und somit ist die Varianz von x gleich dieser Summe und damit nach kurzer Rechnung gleich 35 Zwölftel. Beim dritten Beispiel geht es um das Maximum der Augenzahlen beim zweifachen Wurf mit einem fairen Würfel. Hier kann man die 36 gleichwahrscheinlichen Augenpaare nach gleichen Werten für die größte Augenzahl abzählen und erhält diese Verteilung für die hier interessierende Zufall zweihabe x. Hiermit ergibt sich zunächst der Erwartungswert von x zu 161,36 oder auf drei Dizimalstellen genau zu 4,472. Damit ist die Varianz von x diese Summe und geduldiges Rechnen oder ein Computeralgebra-System liefern hier diesen Bruch oder auf drei Dizimalstellen gerundet den Wert 1,971. So könnte man noch viele Beispiele betrachten, aber man gewinnt dadurch keine weitere Einsicht in das Konzept der Varianz. Im folgenden geht es um weitere solche Einsichten. Ich nehme dazu einmal die Definition der Varianz auf die nächste Folie. Für einen endlichen Wahrscheinlichkeitsraum ist die Varianz nach Definition des Erwartungswertes diese endliche Summe. Was sind die wichtigsten Eigenschaften der Varianz? Die erste Eigenschaft ist klar. Die Varianz ist nicht negativ, weil sie nach Definition der Erwartungswert einer nicht negativen Zufallsvariablen ist. Das heißt, diese Behauptung können wir unmittelbar abhaken. Eine Zusatzbehauptung besagt, dass die Varianz von x genau dann gleich 0 ist, wenn die Zufallsvariable x mit Wahrscheinlichkeit 1 gleich dem Erwartungswert von x ist. Ist diese Summe hier rechts gleich 0, so muss für jedes Omega, für das die Wahrscheinlichkeit hier positiv ist, x von Omega gleich dem Erwartungswert von x sein. Das heißt, es gilt die Implikation von links nach rechts. Nimmt umgekehrt x mit Wahrscheinlichkeit 1 den Wert e von x an, so ist jeder Summand der Summe im Memo gleich 0. Und damit ist auch die umgekehrte Implikation von rechts nach links gezeigt. Die zweite Behauptung besagt, dass die Varianz der Zufallsvariablen ax plus b gleich a² mal der Varianz von x ist, und zwar für beliebige reelle Zahlen a und b. Die Addition einer Konstanten ändert also die Varianz nicht, wohl aber die Multiplikation von x mit einer Konstanten. Die multiplikative Konstante geht dabei quadratisch als Vorfaktor ein. Die dritte Eigenschaft besagt, dass die Varianz von x für jede reelle Zahl a gleich dem Erwartungswert von x minus a in Klammern zum Quadrat ist, vermindert um das Quadrat der Differenz Erwartungswert von x minus a. Diese Eigenschaft wird oft auch als Verschiebungssatz bezeichnet. Setzt man hier speziell a gleich 0, so folgt, dass die Varianz von x gleich dem Erwartungswert von x² vermindert um das Quadrat des Erwartungswertes von x ist. Hier können wir also einen Haken dran machen, wenn wir Teil c bewiesen haben. Die letzte Eigenschaft E besagt, sind x und y stochastisch unabhängige Zufallsvariablen, so ist die Varianz der Summe von x und y gleich der Summe der einzelnen Varianzen. Dieses Resultat überträgt sich induktiv auf mehr als zwei Zufallsvariablen, von denen je zwei stochastisch unabhängig sind. Wir müssen noch b, c und e beweisen und sehen uns zunächst den Beweis von b an. Da der Erwartungswert von x plus b dieser Gleichung genügt, hebt sich oben im Memo bei dieser Differenzbildung das b weg, sodass wir ohne Beschränkung der Allgemeinheit annehmen können, dass b gleich 0 ist. Also betrachten wir nur die Varianz von a mal x. Jetzt müssen wir hier oben im Memo anstelle von x a mal x einsetzen. Aber auch hier. Und da der Erwartungswert von a mal x gleich a mal dem Erwartungswert von x ist, erhalten wir diese Darstellung. Wenn wir jetzt a ausklammern und das Quadrat beachten, folgt dieses Gleichheitszeichen. Und jetzt können wir a Quadrat vor den Erwartungswert ziehen und die Behauptung folgt. Zum Nachweis von c schreiben wir x minus a in Klammern zum Quadrat in dieser Form und rechnen das Quadrat mit Hilfe der binomischen Formel aus. Nach der Devise Klim plus Bim in Klammern zum Quadrat ist Klim Quadrat plus 2 Klim Bim plus Bim Quadrat. Damit erhalten wir dieses Gleichheitszeichen. Jetzt bilden wir nur noch den Erwartungswert. Wegen der Linearität der Erwartungswertbildung erhalten wir den Erwartungswert von x minus e von x in Klammern zum Quadrat, also die Varianz von x. Und beim zweiten Term haben wir den Vorfaktor 2 und dann noch einen konstanten Faktor, nämlich diesen hier. Und jetzt kommt der Erwartungswert von x minus e von x. Der ist aber gleich 0. Übrig bleibt jetzt nur noch die rechts stehende additive Konstante, was zu zeigen war. Zum Nachweis von e nehme ich noch einmal die Definition der Varianz sowie die in Teil d erhaltene Darstellung auf die nächste Folie. Was wir gleich benötigen werden, ist die sogenannte Multiplikationsregel für Erwartungswerte, über die ich ein eigenes Video gemacht habe. Sind x und y stochastisch unabhängige Zufallsvariable, so ist der Erwartungswert des Produktes von x und y gleich dem Produkt der einzelnen Erwartungswerte. Damit können wir die in e aufgestellte Behauptung schnell beweisen. Die erste Überlegung ist die, dass wir in der zu zeigenden Gleichung sowohl zu x als auch zu y jeweils eine beliebige Konstante addieren können, aber beide Seiten dieser Gleichung bleiben davon völlig unbeeindruckt. Das bedeutet aber, dass wir ohne Beschränkung der Allgemeinheit annehmen können, dass sowohl x als auch y den Erwartungswert 0 besitzen. Damit ist aber die Varianz von x plus y gleich dem Erwartungswert des Quadrates von x plus y. Wenn wir das Quadrat nach der binomischen Formel ausrechnen und die Linearität der Erwartungswertbildung ausnutzen, ergibt sich der Erwartungswert von x² plus zweimal der Erwartungswert von x mal y plus der Erwartungswert von y². Der erste Erwartungswert ist gleich der Varianz von x und aufgrund der Multiplikationsregel im zweiten Memo ist der Erwartungswert von x mal y gleich dem Produkt der beiden Erwartungswerte von x und y und damit gleich 0. Und der letzte Erwartungswert ist gleich der Varianz von y, was zu zeigen war. Als Folgerung von Aussage c möchte ich noch eine Minimaleigenschaft des Erwartungswertes hervorheben. Es gilt diese Gleichung. Mit anderen Worten, der Erwartungswert der quadratischen Abweichung zwischen x und einer reellen Zahl a wird als Funktion von a minimal, wenn für a der Erwartungswert von x eingesetzt wird. Der Beweis ist nicht schwierig, denn nach Teil c ist dieser Erwartungswert gleich der Summe aus der Varianz von x und dem Quadrat der Differenz zwischen dem Erwartungswert von x und a. Die linke Seite dieser Gleichung ist somit größer oder gleich der Varianz von x und das Gleichheitszeichen tritt genau dann ein, wenn a gleich dem Erwartungswert von x ist. Zum Abschluss dieses Videos möchte ich noch eine wichtige Ungleichung anführen, über die ich ein eigenes Video gemacht habe. Und zwar ist das die nach dem russischen Mathematiker Chebyshov benannte Ungleichung. Diese besagt, dass für jedes noch so große y größer 0 gilt, die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine Zufallsvariable von ihrem Erwartungswert betragsmäßig um mindestens y unterscheidet, ist höchstens gleich der Varianz von x dividiert durch y Quadrat. Ich habe hier bewusst das noch so große betont, denn normalerweise ist y eine kleine positive Zahl, aber in dieser Ungleichung muss ja die rechte Seite eine Zahl kleiner als 1 sein, damit eine vernünftige obere Schranke für eine Wahrscheinlichkeit herauskommt. Der Beweis dieser Ungleichung ist ganz einfach. Sei a das Ereignis, dass sich die Zufallsvariable x von ihrem Erwartungswert betragsmäßig um mindestens y unterscheidet. Dann lässt sich die Indikatorfunktion von a durch diese Funktion nach oben abschätzen, denn wenn der Indikator von a den Wert 0 annimmt, ist nichts zu zeigen, da die rechte Seite nicht negativ ist und ist der Indikator von a gleich 1, so ist der Betrag von x minus Erwartungswert von x größer oder gleich Epsilon und damit die rechte Seite größer gleich 1. Damit sind wir aber fertig, denn diese Ungleichung zwischen zwei Zufallsvariablen als Abbildungen auf einem Grundraum überträgt sich auf die jeweiligen Erwartungswerte und diese Erwartungswerte bilden gerade die beiden Seiten der Chebyschow-Ungleichung. Ist speziell der Erwartungswert von x gleich 0 und die Varianz gleich 1, man nennt eine solche Zufallsvariable standardisiert, so gilt etwa für Epsilon gleich 5, die Wahrscheinlichkeit, dass x-Betrag größer gleich 5 ist, ist höchstens gleich 1,25 und damit höchstens gleich 4% und das völlig unabhängig von der konkreten Gestalt der Verteilung von x. Der Wert der Chebyschow-Ungleichung liegt also in deren Allgemeinheit. Ja, damit wären wir am Ende dieses Videos über die Varianz angekommen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, für Hinweise und konstruktive Kritik bin ich wie immer dankbar.